So, jetzt kommt einer der Nachricht von Richard angekündigt und ich habe ihn schon einmal erleben dürfen bei der Fjordhands-Schau. We like to party heißt dieser Titel. Vor sich auf Sister Kings und Hawaii. Wir schauen erst einmal weiter zu. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und das ist der Saft, der oft auch die Wunderschaft der Damani ist, ein Ehlenbluthaftiger, 9,38 Prozent. Aber ich rede nun ist ein Sohn des Herbstes Rapico, der selbst schon sehr gut unter dem Zettel, äh, unter 3 Jahren gebraucht. Auf dem Gärtenerding, unter der Saft, die Schaflähne, die Student-Maggie vom Arno-Schonan-Mietas, der wird mit uns gezüchtet, bei Familie Braumhoff gerne in Usingen, dann gerade zu Franziska Kind. Ist jetzt nicht nur gekürzt, sondern heute ja auch bei uns, äh, ein Buch ausgezeichnet, wo man heute unseren Zugang erfolgen soll. Ist jetzt 9-jährig, heute ist Prämie-Nächste, über den Treuen gewesen. Und wenn wir dann einmal an seinen Erfolgs wissen, wenn wir in der FM schauen, dann fällt auf, dass er bereits 5-jährige, A, gut Interessur in Konrad, vor allen Dingen auch gegen Großherde, 6-jährig, Elikandale, geboren und erfacht, gut Interessur geboren, gegen Großherde. 2012, hat er noch einmal ausführen müssen, und danach ist Stahlberg auf. Und wir sehen, Franziska hat noch mehr in den Ruhr. Er ist noch gewesen zu den Klasse 1. und ich bin sicher, es wird ein paar wenige Beachtiger sein, die auch in dieser schweren Klasse erfolgreich unterlesen. Wer das Stahlgefüßte gelesen hat, an der Zeitung, wie gerade der Haus gekommen ist, da gibt es einen Sonderbericht über diese beiden, über Spiegel, über Spiegel, mit zwei, mit dem Spiegel. Und, Franziska hat gesagt, er gibt immer alles für mich, er ist eigentlich ein wichtiger Kämpfer. Und das macht es aus. Daraus werden wir dann erfreuen. Ich will es genießen, wenn wir bleiben, aber in den Zungen, in der Klasse M, in die Richtung S. Freude sich mit ihr, auf Hawaii, von Franziska. We will, we will rock you. We will, we will rock you. We will, you're young man, I'm gonna try and free us. Bis dieser Ems 2013, einer der besten hessischen Sportwollens war, durch zu den fünf besten deutschen Versuchablägern, ich glaube, das ist nur noch eine Ergänzung. Und ich bin sicher, dass es auch lange nicht ist. Das war es jetzt gerade. Und Sie dürfen gerne mit, das ist das Verrücknis der Musik, und ich glaube, er ist so wichtig. Hallo? We will, we will rock you. We will, we will rock you. We will, we will rock you. 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 Und wir wissen auch, das Springen für Zündspiel heute, bei der Endshow, hat sich dann die Bügel kurz gestallt, ein paar Hilfer haben, hier um das Tisch her eingetragen, zwei Winkel, und dann ist sie noch ganz wissig nach, wer hat drüber gestrungen. ein Ausgleich, zwei Lauter, Ahani, und Francesca Hewitz. Ich wünsche euch allen viele Freunden, ihr seid super tiefe. Jetzt muss die Musiker machen. tschüsschen, tschüsschen. k Das ist ein